Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Foodtalkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es um russische Esskultur, um die russische Seele. Mein Gast ist Alexander Wulff, der erste russischstämmige Sternekoch war. Alexander Wulff hat zusammen mit seinen Troika-Kollegen Roddy und Marcel ein neues Restaurant gebaut. Ganz nach ihren Wünschen, ganz nach ihrem Geschmack. Ein Smart-Restaurant, wie sie sagen. Und was das bedeutet und auch was Freundschaft für Alexander Wulff bedeutet und welchen Weg er aus dem sibirischen Krasnoyarsk bis in die Sterneküche hinter sich gebracht hat und was er noch alles so vorhat, ja, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einem äußerst sympathischen, sehr coolen und top aufgelegten und ganz offenen Alexander Wulff. Dieses Gespräch hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat auch ein bisschen was von seiner russischen Seele, von seinen Emotionen freigelegt. Ich freue mich sehr, dass ich kurz vor Eröffnung dabei sein durfte. Und bevor es losgeht, darf ich euch noch ein wenig Werbung präsentieren. Es gibt kein Wodka, sondern es gibt ein Amaro Montenegro von unserem aktuellen Kooperationspartner. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterliqueur aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer geheimen Mischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt. Also ein wunderbares Spektrum. Und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von Bitter, Kräuter basiert, überwürzig, blumig, bis hin zu süß geröstet und ja, aber auch frisch und fruchtig. Und er eignet sich hervorragend zum Mixen. Ich liebe ihn als Montenegroni, also Negroni auf Basis von Amaro Montenegro. Aber auch ein ganz perfekter Longdrink ist Monte Tonic. Da verbinden sich so die bittersüßen Noten von Amaro Montenegro mit der bitterfrischen Note des Tonics. Das ist einfach ein perfekter Longdrink. Und bevor ich hier ins Schlamm gerate, machen wir mal weiter. Und viel Spaß jetzt mit Alexander Wulff, dem brandneuen Restaurant Troika, wie immer präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Foodtalkers. Ich bin hier gelandet in Erkelenz. Du bist hier in Erkelenz, Neu-Immerath. Neu-Immerath. Und wen ihr da gerade gehört habt, das ist Alexander Wulff. Und den besuchen wir in seiner im Moment noch Baustelle. Morgen nicht mehr, ne? Ne, ab morgen ist das Restaurant geöffnet. Also im besten Fall, wenn wir alles schaffen. Aber ja, wir sind soweit. Wir sind startklar fast. Sozusagen eine Sneak-Preview hier für uns. Und wir durften eben einmal reinschauen. Es sieht echt cool aus. Du hast gerade gesagt, gestern hättest du uns wahrscheinlich nicht reingelassen. Also wir haben irgendwie binnen 24 Stunden gefühlt den ganzen Laden umgekrempelt. Also wenn du gestern reingekommen wärst, hättest du uns ausgelacht. Und dann hättest du gesagt, ja genau, ihr macht morgen auf oder übermorgen. Ne, ne. Das war gestern eine richtige Baustelle noch. Aber mit allen Jungs haben wir wirklich von morgens bis nachts alles hin und her geschoben und geputzt und getan. Und wie fühlt sich das an, jetzt so kurz vor Vollendung zu sein? Ich meine, Kinderkrankheiten wird es immer noch geben. Ja, das gehört auch dazu. Ist alles gut. Aber als ich heute Morgen dann meine Lamjue angesetzt habe in der neuen Küche, quasi allererste Mal im Herd angemacht, das war schon ziemlich geil. Ich war, ja, ziemlich bewegt, muss ich sagen. Für mich aber, ich behalte das immer so ein bisschen. Ja, bist du kein emotionaler Typ? Ich bin sehr emotional, aber heute ist der falsche Moment, um emotional zu sein. Sonst ziehen die anderen hinterher und dann haben wir hier so ein Trauerspiel. Also emotional, nee, ist noch zu früh. Okay, alles klar. Bei der Eröffnung wird es auch eine Ansprache geben und Schlüsselübergabe und was weiß ich. Dann werden wir richtig emotional werden. Aber im Moment haben wir noch zu viel Druck. Ganz klar. Ihr seid ja nun ein Dreierteam, Troika. Und war es denn immer leicht, so die Entscheidung zu treffen, wie, wo, was ihr macht? Seid ihr so alle auf der gleichen Wellenlinie oder habt ihr euch da auch die Birne mal eingeschlagen? Das ein oder andere Mal haben wir uns tatsächlich auch die Birnen eingeschlagen. Aber da Ronny und ich haben vor zehn Jahren das allererste Mal überlegt, so einen eigenen Laden zu machen. Das allererste Mal. Dann waren wir bei einem Investor, der Investor hat uns ausgelacht und hat gesagt, ja, das ist nichts zu bewerkstelligen. Denn das könnt ihr in Berlin, in München, sonst irgendwo machen, aber nicht hier im Kreis. Dann haben wir dann die Idee halt ein bisschen sausen lassen, ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Und als wir dann vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren wieder drauf kamen, ey, lass uns mal was Eigenes machen. Wir waren vorher auch schon selbstständig, aber halt hatten auch exorbitant hohe Pacht. Dann haben wir gesagt, ey, das können wir auch irgendwie in den Eigenladen reinstecken. Die einzigen Unterschiede sind, Ronny ist so ein bisschen technisch basiert, sagt man das so. Also er ist ziemlich technikaffin. Das schon mal ganz gut. Ja, deswegen das allererste Smart-Restaurant. Musst du doch gleich mal erklären, was das heißt. Wir haben halt einfach kein Papier mehr. Wir haben kein Papier, es läuft alles automatisch, alles technisch. Wir haben zwei Knopfdrücke und das Licht ändert sich. Wir müssen um sieben Uhr morgens nicht mehr hier zu sein, damit irgendeiner hier die Ware abliefern kann. Es ist eine Kamera da, es ist eine Gesichtserkennung, es ist eine Fingerabdruckerkennung. Aber ihr braucht aber erstmal einen dreimonatigen Lehrgang wahrscheinlich, um zu wissen, wie alles funktioniert. Oder ist das alles selbsterklärend? Nee, das ist schon ziemlich anstrengend. Also dafür für mich, ich hasse es auch per E-Mail Sachen zu bestellen. Ich habe ein Telefon und telefoniere mit den Leuten. Ich bin da so ein bisschen altmodisch. Aber wie gesagt, Ronny ist dafür da. Ja, unser Sommelier, Restaurantleiter, bester Freund und auch, das ist unser technisch basierter Mensch. Der Marcel ist so dazwischen uns beiden, aber Marcel ist halt sehr, sehr ordnungsaffin und der muss alles immer wirklich der Reihe nachhaben und alles muss perfekt sein. Ja, ich bin so der K.O. dazwischen. Aber das Gute bei drei Leuten, man trifft immer eine Entscheidung. Es gibt niemals eine Pattsituation. Nee, immer zwei zu eins. Also wenn zwei Leute sagen, es geht nach links und der eine möchte aber nach rechts, geht es nach links. Da kann er sich am Kopf stellen. Musst du mitziehen. Und bist du das auch manchmal, der mitziehen muss? Ja, ja, absolut, absolut. Ihr seid aber voll gleichberechtigt. Voll gleichberechtigt. Das ist auch cool, ne? Ich sage, insgeheim bin ich das eigentlich mehr. Nein, nein, wir sind alle drei gleichberechtigt. Und es ist nicht immer einfach, aber ich sage immer, bei uns wird nicht nur das Geld durch drei gezahlt, sondern auch die Probleme. Und das ist wirklich so, also wenn wir ein Riesenproblem haben, wird das halt aufgezahlt. Kann man auch leichter schlafen manchmal, oder besser schlafen, oder? Ich meine, die letzten Wochen waren wirklich sehr intensiv. Das ging auch ein bisschen auf die Magengegend und auf die Psyche. Das hättest du nicht alleine durchstehen mögen, oder? Nee. Ich würde es alleine auch niemals machen. Ja? Also um drei Menschen zu haben, denen du blind vertrauen kannst, das ist unbezahlbar. Und du sagst, ihr habt vor zehn Jahren schon mal überlegt, was ihr machen wollt oder dass ihr was machen wollt. Hattet ihr da schon so eine Idee, wohin das geht? Ich meine, Smart Restaurant hattet ihr damals wahrscheinlich noch nicht im Kopf, aber ihr wusstet, in welche Richtung ihr wollt, oder? Also vor zehn Jahren wussten wir schon, dass wir die Laufwege verkürzen müssen. Wir wussten schon, wir hatten damals die Idee, so ähnlich wie Kevin Fehling mit diesem Chefstable, haben wir ja auch umgesetzt in einem Restaurant. Wir wussten halt schon damals, dass das Personal Engpässe geben wird. Und du musst dir vorstellen, wenn ich aus der Küche rausgucke, habe ich das komplette Restaurant im Blick. Wir haben im Chefstable Schubladen eingebaut, wo die Gäste sich das Besteck halt selber rausnehmen können, damit sie auch nicht mehr stören, damit sie wirklich geborgen fühlen und wie zu Hause fühlen. Wir können, im Worst-Case-Szenario können wir mit den Jungs… Oh, jetzt gibt es Kaffee. Ja, jetzt gibt es Kaffee, deswegen bin ich ein bisschen abgelehnt. Wo ist mein Kaffee? Achso, ja, dann kriege ich die Cola aus. Du, er wollte die Cola, er hat keinen Kaffee. Okay, man merkt ein bisschen, dass hier ein bisschen mehr gearbeitet wurde die letzten Tage. Ja, 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 ein bisschen, ein bisschen, das stimmt. Alexander hat auch eben gerade gesagt, ich brauche Zucker. Ja, ja, ich bin auch ein bisschen müde, muss ich gestehen. Okay, dafür aber machst du einen guten Eindruck. Dann will ich nicht wissen, wie du drauf bist, wenn du wach bist. Ja, ich muss gleich noch drei Stunden Auto fahren nach Frankfurt. Wir kochen gleich so ein bisschen für die VIPs vom World Club Dom. Wir sind ja auch das Einzige, die einzige feste Lokalität vom World Club Dom. World Club Dom ist ja eines der größten Partys der Welt. Wo wir wirklich die geilsten DJs auflegen. Und wir sind der einzige feste Standpunkt auf der ganzen Welt. Und das ist nicht in Berlin, nicht in München, nicht in Hamburg, sondern in Erkelenz. Also ihr habt ja da quasi im Restaurant eine DJ-Corner. Genau. Und da haben sich schon ein paar angemeldet. Ja, auf jeden Fall. Wir haben mit Pioneer einen echt coolen Deal gemacht. Die haben uns wirklich die ganze Technik zur Verfügung gestellt, damit die DJs sich auch wie zu Hause fühlen, weil die sind natürlich echt geil ausgestattet. Und wir haben jetzt für die Neueröffnung, wird Woody da sein, ist ein DJ aus den 90er Jahren. Aber ein richtig geiler Typ und macht richtig geile Mucke. Dann kommt Luschuk am Sonntag. Es kommt Alle Farben am Samstag. Es kommt Weiß am Sonntag auch nochmal. Und alle hierher. Alle hierher. Also ich könnte dir jetzt die Promi-Liste mal zeigen, die hier auftauchen werden. Das ist schon... Da bin ich ganz stolz, dass wir zuerst da sind. Fast zuerst. Aber dann wieder leider wieder weg sind. Aber wir kommen wieder. Aber man muss eben nochmal ganz kurz sagen. Man kommt ja rein, die Tür ist offen und erstmal wird man von einem goldenen Teppich, der ist ja so Goldton, begrüßt. Und das ist ja schon mal echt cool. Ja, der hat ein Goldton. Da will man gar nicht drauf treten. Ja, das stimmt. Da kann man gar nicht hier rein. Das stimmt, das stimmt. Also wir haben so ein bisschen mit den Goldfarben haben wir ein bisschen auch provoziert. Also wir haben ja die Waschbecken in den Herren- und Damenklo. Mit ein bisschen goldfarbig. Das ist kein echt Gold. Also demnächst bitte nicht die Waschbecken rausreißen. Braucht ihr nicht abzuschlagen. Und wir haben auch im Restaurant 60 schwarze Stühle und 20 goldene Stühle. Und immer so dieses Goldene, dieses Bling-Bling, so Vorurteil der Russen. Wollte ich gerade sagen, da spielt ihr doch extra mit gespielt, oder? Ja, genau, genau. Ich finde es auch gut, wenn sich ein paar Mäuel da dran zerreißen. Ist auch gewollt. Okay, gut, das kann ich mir vorstellen. Also das macht ja nicht... Oder bist du auch so... Sonst bist du ja nicht so ein Blinky-Typ, ne? Nee. Überhaupt nicht. Ach. Ey, wirklich. Also ist das allerletzend. Ich meine, ich habe keinen Schmuck an mir oder sonst irgendwas. Nee, wollte ich gerade sagen. Da sieht man nix. Alles, was an Geld reinkommt, wird in die Family reingesteckt. Also ich bin überhaupt nicht gold oder Bling-Bling-affin. Ich habe noch nicht mal eine Uhr. Ich sage immer, ich verfresse und versaufe lieber das Geld. Ja, das ist gut. Würde ich auch jetzt gern schon bei dir machen, aber es geht ja nicht. Es geht ja noch nicht. Aber Eröffnung ist ja... Morgen? Nee, also richtig, aber noch nicht offizielle, oder? Es ist Soft Opening. Und richtig offiziell? Richtig offizielle ist nächste Woche Freitag. Freitag, Samstag, Sonntag. Alle drei Tage, jeweils 120 Leute. Das ist schon für uns... Das ist ein Brett. Ja, das kommen auch ein paar Winzer, mit denen wir das ganze Jahr über zusammenarbeiten. Auf die Gaskirche haben wir erstmal verzichtet, weil wir einfach keinen Platz sonst haben, wo wir die hinstellen sollen. Das wird halt für nächstes Jahr geplant, wenn es ein bisschen wärmer ist, dass wir draußen auch ein bisschen was machen können. Man hat nämlich auch an eine schöne Terrasse gedacht. Die ist auch schon angepflanzt. Das war wahrscheinlich das Erste. Das ist erstmal provisorisch angepflanzt. Die wird ja dann später verlängert, sobald ein bisschen Kohle reinkommt. Auch wir mussten zum Schluss dann noch ein bisschen einsparen. Das heißt, wir mussten die Terrasse ein bisschen verkleinern. Wir hätten am liebsten alles ganz groß gehabt und alles direkt fertig. Aber Corona hat auch uns sehr viel Geld gekostet. Nicht nur, dass die Verluste da waren, auch Material und Arbeitskraft, irgendwie gefühlt 20 Prozent, alles teurer. Deswegen mussten wir auch da ein bisschen einsparen. Aber trotzdem enorm. Du hast erzählt, ihr habt dann vorhin, so ganz kurz, als wir reingingen, im Januar habt ihr den Spatenstich gehabt. Am 24. Januar haben wir Spatenstich. Jetzt sind wir im Oktober. Ich meine... Zehn Monate. Genau zehn Monate. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja total Wahnsinn. Vor allen Dingen, das sind ja alles Sonderhandfertigungen. Also ich meine, wenn ich mir die Birke angucke, da die erzählen... Du musst erzählen... Alle Handwerker, die da gearbeitet haben, bis auf zwei, die sind halt so Düsseldorfer Raum, sind hier aus dem Kreis Heinsberg. Also die Tür, die ich dir eben gezeigt habe, aus der russischen Weißbirke, die wurde hier in Heinsberg hergestellt. Also die Steine außenrum vom Restaurant sind hier aus Erklens von Gilrath. Alle Tischler arbeiten. Die Küche, die bei uns steht, die Gastro-Küche ist von Palux natürlich. Aber die Küche, die Show-Küche, die vorher gemacht worden ist, ist von Küchenstudio Hahn, wo wir gerade sitzen, in unserem Pop-Up-Restaurant. Der direkte Nachbar und der, der euch aufgenommen hat, dann für die Übergangszeit. Genau. Holzboden ist hier aus dem Kreis. Also alles... Schon sehr regional, ne? Sehr regional. Bist du so ein ortsverbundener Typ? Ich meine, unser Gemüsehändler ist hier. Hier kannst du auch... Ja, da gegenüber ist ein Gewächshaus. Und das Gewächshaus... Aber ist echt schon scheiße, da musst du einmal über die Straße, das ist echt schon ganz schön weit, ne? Ja, 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 ja. Aber nächstes Jahr planen wir auch sehr viele... Eine Brücke. Ja, genau. Planen wir auch ganz alte Gemüse wieder einzubinden in unser Alltagsgeschäft. Und er macht das halt für uns. Ganz uralte russische Tomatensorten werden angepflanzt. Das ist krass, was wir gerade wollen. Schön, dass du auf die Küche kommst. Schön, dass du den schwenkst. Endlich. Wann kommt er endlich zur Küche? So. Aber heißt es, wird es denn russisch inspirierte Küche sein? Weiterhin? Oder wird es sein? Es wird noch russischer werden. Noch? Ja? Also wir trauen uns jetzt schon ziemlich viel, finde ich. Also im Pop-Up-Restaurant haben wir das schon sehr intensiv russisch gemacht. Und es wird noch intensiver und noch authentischer, noch ehrlicher. Wir sind da gerade echt auf einem verdammt guten Weg. Wir haben ein geiles Team im Moment. Und wenn ich weiß, also ich weiß ja, dass die nächsten zwei Jahre das gleiche Team bleiben wird. Da ist viel, viel… Das ist aber auch schon mutig zu sagen. Die meisten sind ja Lehrlinge. Ja gut, die bleiben. Wir bilden ja aus. Wir haben momentan acht Lehrlinge. Acht? Ja, ja. Wow. Dann seid ihr ja wahrscheinlich der größte Auszubildende. Der Einzige. Im Kreis Heinsberg kennen wir niemanden, der noch ausbildet in der Gastronomie. Wahnsinn. Und wir haben momentan auch echt verdammt gut. Also alle eine super Schulbildung, auch gut erzogene Jungs und Mädels. Und die machen so einen geilen Job. Ich darf das nicht zu laut sagen. Ich hoffe, die hören das nicht, weil dann zu viel Lob ist auch nicht gut. Ich werde es dir gleich nochmal sagen. Ja, genau. Ich wollte es nicht sagen, aber die hören es ja trotzdem. Im Podcast hören sie es. Ja, ja. Wir haben ein unglaublich geiles Team im Moment. Ich hätte mir das niemals gedacht, dass wir so schnell und so gut unsere Leute hinbekommen. Und wann haben die angefangen? Sind die jetzt gerade erst gestartet? Nee, zwei sind im zweiten Lehrjahr. Einer ist im dritten. Wobei die gemeinsam angefangen haben mit der Lehre. Also die sind jetzt schon so weit, dass sie eins zu eins jeden Koch ersetzen können. Ich habe eine Lehrerin, eine Mädel im ersten Lehrjahr. Die könnte jetzt von heute auf morgen irgendwo anfangen. Und Leute, die bleiben hier, die werden nicht abgeworben. Nee, nee. Ach, keine Chance. Die sind sowieso hier. Keine Chance. Verkettet. Ich meine, die sind natürlich auch stolz, muss man dazu sagen, in so einem Laden arbeiten zu dürfen. Naja, und die haben es ja quasi mit aufgebaut auch dann. Also sie gehören ja dazu. Die haben quasi drei Restaurants binnen einem Jahr mitbekommen. Wir haben die alten Räumlichkeiten in Heinsberg. Dann sind wir hier ins Pop-Up-Restaurant. Und jetzt ins neue Restaurant. Also ich meine, gut, das ist eine Hausnummer weiter. Aber die haben viel, viel mitgemacht. Viel gearbeitet. Viel gelitten mit uns. Ja, aber dann fühlst du dich da, ja. Viel mehr zugehörig, als wenn du irgendwo hinkommst und alles ist fertig. Wenn du das mit Entstehen siehst. Ja, ja. Die sind auch stolz. Und die erzählen eins zu eins, wenn Gäste da sind. Und die haben die Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Erzählen die halt auch eins zu eins wie wir. Die sind stolz drauf. Die müssen nicht lügen. Wir müssen sie nicht dafür mehr bezahlen oder sonst irgendwas. Die sind ehrlich. Und ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Und die Küche entwickelt sich gerade. Wir sind gerade wieder einen Schritt weiter. Genau, wir müssen zurück zur Küche. Da sind wir. Du machst aber auch immer Schlenker. Ja. Das gibt es ja gar nicht. Also, wie russischer. Russischer. Wenn ich jetzt sagen müsste, russisches Gericht. Ja. Hätte ich es echt schwer. Beziehungsweise so schwer hätte ich es gar nicht. Aber ich würde jetzt irgendwie so ein bisschen, natürlich ganz klassisch mit Borge. Pilimini. Ja, rote Beete anfangen und so weiter. Und so fort. Ist ein bisschen mehr. Ist ein bisschen mehr. Ist ein bisschen mehr. Momentan. Gib mal so ein Spektrum. Momentan. Also, das neue Menü wird sein Langoustines Königsberger Art. Also, Kaliningrad. Ja. Ist ja eine Enklave. Russische Enklave, genau. Genau. Also, die Langoustine Königsberger Art wird gemacht. Dann haben wir Stör Moskau Mule. Da spielen wir so ein bisschen mit dem Cocktail Moskau Mule. Als Vinaigrette, als Beite. Das ist ziemlich geil. Dann haben wir den Heilbutt mit einer Feuerkartoffel und Kaviar. Und dazu gibt es eine Feuerkartoffel. Feuerkartoffel. Also, im Feuer gegarte Kartoffel. Ganz schwarz. Okay. Wird ausgehüllt. Mit einer harten Kruste dann. Genau. Und du hast die Wahl, entweder die zu essen oder die auf dem Teller zu lassen und dann halt auszulöffeln. Mit Smetana, Kaviar, Dill. Und dazu gibt es halt die Borge-Hollandaise. Das ist ziemlich geil. Dieses Gericht... Borge-Hollandaise? Borge-Hollandaise. Das klingt geil. Ja, ja. Dieses Gericht kochen wir übrigens jetzt am 25. nach der Eröffnung. Am 25. Ne, warte mal. Kann ich das sagen? Könntest du. Okay. Am 25. Oktober auf der Rolling Pinnen. Wo sind wir? In Graz, glaube ich. Ja. Dieses Gericht wird gekocht. Und die Langoustines mit der Königsberger Art werden auch da gemacht, um so ein bisschen die Technik zu zeigen. Genau. Im Hauptgang gibt es Wagyu-Borscht-Saal. Da kommt wieder unser Borscht. Aber natürlich ganz anders interpretiert. Warum kriege ich jetzt gerade Appetit? Ja, ich weiß auch nicht. Aber das heißt konsequenter russischer und das nehmen die Leute aber auch an? Oder kommen sie extra deshalb? Wie würdest du das sehen? Und zu dir wollen sie sowieso, klar. Ich meine sowohl als auch. Also erstens die Gäste, die schon seit Jahren zu uns kommen, die haben wir so ein bisschen rangefüttert. Also die haben wir ein bisschen rangeführt an die Küche, die wir jetzt machen, haben uns Zeit gelassen. Aber jetzt können wir auch Gas geben. Jetzt wollen sie auch. Weil jetzt fragen sie dann noch, wann kommt denn das neue Menü und wann ist es soweit? Was kommt da? Und die Nachfrage ist sehr hoch. Und wir haben halt sehr großes Einzugsgebiet von Russen, die hier halt in Deutschland leben. Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Holland. Und da bist du ja, oder seid ihr ja die Einzigen, die das machen. Und du warst ja bis, also können wir heute sagen, bis gestern warst du der einzig russischstämmige Sternekoch. Genau. So gestern kam irgendwie... Moskau. Es war ja ein Sieben-Einser-Sterne. Aber du warst der Erste. Ich war der Erste. Wann warst du das letzte Mal in Russland? Gar nicht so lange her, vor zwei Monaten in Murmansk. Vorher in St. Petersburg eine Woche und dann in Murmansk haben wir Masterclass gegeben. Und Murmansk, wie viel zu Murmansk? Mega. Also meine Partnerin kommt aus Murmansk. Okay. Die konnten mir natürlich ein bisschen von... Also es war an sich ein geiles Gefühl, da zu sein. Du hast das Gefühl, du bist in einer anderen Welt. Ja, ne? Ich war da mal... Ich bin mal einmal um die Ostsee rumgefahren und da war Murmansk mit auf der Strecke. Mega geil. Und das ist irgendwie eine andere Welt. Ja. Also mega schön. Wir waren ja im Sommer da. Und da hast du halt, nachts ist es hell. White night. Es wird nicht dunkel. Und es ist krass. Ja. Es ist wirklich krass. Wir sind jetzt auch im Februar, März immer wieder da. Dann ist es genau umgekehrt. Dann hast du halt den ganzen Tag über sehr dunkel oder sehr... Ja. So trüb und ja, mal gucken. Nicht, dass ich da zu melancholisch zurückkomme. Ist man denn so melancholischer, wenn man in... Ja, das bin ich sowieso. Wenn man in Sibirien geboren ist? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, die russische Seele an sich ist sehr melancholisch. Also das hörst du an den Liedern, das hörst du an der Musik, an... Wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Und ich bin jetzt nicht gebildet. Also ich möchte jetzt nicht irgendwas langweiliges daher erzählen. Aber der Russe ist an sich einfach gefühlvollerweise, gefühlvoller, melancholischer einfach. Wir können, wenn wir ein bisschen was getrunken haben, können wir tanzen. Wir können weinen. Wir können uns lieb haben. Und das ist irgendwie, keine Ahnung. Der Russe ist an sich anders. Man kommt mehr auf sich raus dann, ne? Ja, ja. Auch ohne Alkohol. Ich weiß jetzt gar nicht. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber deine Familie ursprünglich, habe ich gelesen, sind ja Volga-Deutsche, ne? Genau. Also die sind irgendwann mal aus Deutschland gekommen. Weiß man, wann das war? 17. Jahrhundert. Und dann irgendwann nach Sibirien gegangen? Mussten? Nee, nee, nee. Die sind dann... Also ich kann von meiner Mama erzählen, die ist halt... Oder deren Eltern sind Volga-Deutsche. Die sind da aufgewachsen. Dann sind die nach Kasachstan gezogen. Und ja. Meine Mutter ist dann irgendwann mal, weil sie eine sehr gute Schulbildung hatte, ist dann irgendwann mal nach Krasnoyarsk gezogen. Nach Russland, Sibirien. Um da zu arbeiten, wo dann der kleine Alex zu Welt kam. So. Und dann ist sie dann wieder nach Kasachstan. Ein schöner Bahnhof übrigens. Den kenne ich in Krasnoyarsk. Ja, wunderschön. Bin ich mal durchgefahren. Ja. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und finde ich ziemlich geil. Wunderschön. Ich meine, die Stadt an sich ist wunderschön. Ja. Eigentlich, ne? Ja. Also es ist jetzt keine superschönen Kirchen. Wobei eine Kirche ist sehr schön. Aber es ist halt... Die ist ja auch irgendwie auf dem Rubelschein verewigt. Ja, ja. Es ist halt nicht so die schönste Stadt der Welt. Würde ich jetzt nicht sagen. Da ist St. Petersburg schöner. Es ist ja sowieso so eine Weite. Da finde ich irre. Ja. Also wenn du da durchfährst und bin da einmal durchgefahren mit der Transzip. Du bist ja ewig unterwegs. Ja. Ewig. Und nur Birke, 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 Birke. Deswegen auch die Birke. Und deshalb die Birke jetzt hier in der Troika. Ja. Und in Krasnoyars ist die beste Kochschule, wo Menschen eine extra Ausbildung machen können. Und das ist die renommierteste in ganz Russland. Ach echt? In Krasnoyars. Ja. Von Paul Bukiz übrigens. Nee. Ja, sicher. Das ist ja geil. Hast du es nach Paul Bukiz benannt oder es ist von ihm? Das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist ja cool. Aber wir waren in St. Petersburg und in Murmans. Unabhängig davon wussten beide Städte von dieser Schule und wurde mir auch erzählt, ja, da musst du mal hin. Du bist doch da geboren. Ja, da musst du mal hin. Ja, auf jeden Fall. Ist auch eingeplant. Also nächstes, wir müssen bis März warten, bis Michelin bei uns gewesen ist, beziehungsweise bis Rote Bucht draußen ist. Und wenn alles wieder normal ist, dann... So, aber das ist schon so ein wichtiger Eckpfeiler jetzt für euch auch, ne? So mit Eröffnung, dass man da noch so in die Wertung mit reinkommen kann? Das ist total wichtig für uns. Das ist der... Wir sind nun mal hier am Arsch der Welt. Das wissen wir auch. Und ich gucke mal raus. Das wissen wir auch. Und um überregional so ein bisschen für Furore zu sorgen, es ist natürlich unser Ziel. Wir wollen viel mehr erreichen. Wir sind motiviert und wir wollen Gas geben. Und also weiß ich nicht, der Koch, der sagt, ich brauche es nicht. Also ich brauche es vielleicht nicht, aber ich möchte es. Wann hast denn du dich entschieden und gesagt, ich will da in diese... Also in die Hochküche rein. Ich will da mir meine Spuren verdienen. Das war wahrscheinlich so zweites Lehrjahr. Zweites Lehrjahr, zweites Ende ersten, anfangs, weiß ich nicht, so um die Ecke rum. Der damalige Ausbilder zu mir gesagt, Peter Regen, der auch echt eine geile Küche erlebt hat. Und auf jeden Fall, der sagte irgendwann mal zu mir, hör mal, das, was du hier machst, das ist schon ziemlich geil. Und dann fing der irgendwann mal an, ja, du bist wie ein Diamant, der geschliffen werden muss. Und mach weiter so. Der hat irgendwie, erstes Lehrjahr war schwierig, aber dann hat er gemerkt, irgendwas ist in mir. Und hast du das auch gefühlt, dass du ein Diamant bist? Oder hast du gedacht, was will der eigentlich? Nee, also, wir haben damals ein Salatbuffet gehabt, weiß ich noch. Wir haben eine riesen Salattheke gehabt mit tausend Salaten und allem Möglichen. Und dann musste ich dieses Salatbuffet zum allerersten Mal machen. Und dann sagte Peter zu mir damals, komm, du machst das jetzt alleine. Jungs, lass dir in Ruhe, die dritte Lehrlinge im dritten Lehrjahr mussten mich ein bisschen in Ruhe lassen. Und dann habe ich mir mal Zeit genommen und habe das mal gemacht. Nun, das ist kein Scheiß, die Gäste sind aufgestanden und haben applaudiert. Ja, ja, es ist wirklich kein Scheiß, weil alles so anders war. Wo ist denn hier los? Ja, es war echt auch schön, da war ich auch mega stolz. Aber Fotos habe ich immer noch zu Hause liegen. Und da habe ich gemerkt, so irgendwie fällt mir das ein bisschen einfacher als den anderen, vielleicht auf den Geschmack zu kommen oder etwas schöner herzurichten als... So, und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Dann haben wir bei der Europameisterschaft mitgemacht, von der Kette Kollwitz in Aachen, von unserer Schule aus. Dann sind wir auch da Erster geworden. Und dann kam irgendwie eins nach dem anderen. Plötzlich blinkte der Diamant doch ein bisschen. Ja, da kam die Begabtenförderung von der Schule und es kam halt irgendwie eins nach dem anderen. Ich habe ja irgendwie mit 100 Punkten abgeschlossen die Lehre. Und würdest du sagen, das ist, was ist das, Talent, Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort und alles so zusammen? Also Glück, ja, Erziehung. Also meine Mama hat immer gesagt, Sascha, also auf Russisch heiße ich ja Sascha, du musst mehr Gas geben als die Einheimischen. Du musst, du musst, du musst. Ich hörte das, bis heute habe ich das leider. Darf ich nochmal, du warst zehn als du... Neun. Neun Jahre, ja. Okay, und konntest du Deutsch? Ne. Null. Ich wusste Kuh, Schwein, weil wir einen Bauernhof hatten, meine Oma noch Deutsch konnte. Alle Tiere, alle Pflanzen wurden halt auf Deutsch geschimpft genannt. Und ich wusste halt, was Schwein, Sau, Kuh, Katze... Na gut, da kommst du in der Schule auch nicht so weit mit. Ne, 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 ne. Genau, aber dadurch, dass ich... Ich habe einfach viel Glück gehabt. Ich habe einen Freund kennengelernt in Holzweiler damals, ist nicht weit von Erdglänze weg. Das ist so, ich sage immer so, mein geheime Lieblingsdorf, da habe ich ganz viel Gefühl. Wenn ich da durchfahre, bin ich immer sehr berührt. Und den Stefan, Stefan Schulz, ist immer noch mal ein sehr guter Freund von mir. Grüße an Stefan. Ja. Der hat mich wirklich da aufgefangen mit seinen Eltern. Und ich habe da sehr schnell Deutsch gelernt. Wir haben sofort angefangen, Fußball zu spielen, Tennis. Aber den muss man auch erstmal haben, ne? So einen Stefan Schulz, der einen dann mitnimmt. Das nenne ich mit Glück. Mit sehr viel Glück. Also so ein Funskerl, so ein lieber Mensch, mit dem bin ich halt von morgens bis abends abgegangen. Wie ein Bruder, wie Brüder waren, wie Geschwister. Naja, und dadurch hast du die Sprache natürlich schnell gelernt und auch dich einfinden können. Dann bist du so in die Community reingezogen worden. Genau, genau, richtig. Warst nicht der... Wir sind dann leider dann von Holzweiler umgezogen, was heißt leider, aber wir sind umgezogen nach Erdglänz, im Bauxhof. Bauxhof war bei uns so ein... Ja, es hieß irgendwann mal in der Zeitung Schandfleck von Erdglänz, was mir sehr wehgetan hat. Aber eine andere Geschichte, das war ein Hof, wo nur Russen gewohnt haben. Wir waren wie so ein Ghetto. Was heißt Ghetto? Meine Mama hat immer gesagt, das ist der sicherste Ort der Welt. Naja, und da bin ich halt groß geworden und da habe ich halt gemerkt, so okay, wärst du mal in Holzweiler geblieben, dann wärst du... Zwei, drei Jahre war ich sehr schwierig. Okay. War ziemlich auf Krawall gebürstet und ja... Pubertät vielleicht, ich weiß es nicht. Naja, gut, die zwei Jahre. Aber deine Mutter hat gesagt, du musst immer ein bisschen besser sein als die anderen. Ja. Und dich ein bisschen mehr anstrengen. Ein bisschen mehr anstrengen. Das waren aber die zwei Jahre, wo ich das echt extrem missenlassen habe. Ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss jedem beweisen, dass ich tatsächlich der Scheiß-Russe bin. Okay. Wie ich halt auch in der Schule genannt worden bin. Okay, dann hast du das Klischee auch gelebt. Ja, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das auch. Dann kriegt ihr das. Ja. Dann gibts aufs Maul. Okay, dann lass mal schnell zurück zum Salatbuffet und dem Applaus. Ja, ja, genau, genau. Also das war so für mich so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, versuchen wir es mal. So und dann, als ich die Lehre fertig hatte, bin ich ja nach Österreich gegangen für ein Jahr. Habe dann gelernt, wie man ganze Lämmer, Rehe, Kühe, was weiß ich, alles auseinanderschnibbelt. Das ging auch sehr schnell, habe ich gemerkt. Mir liegt einfach dieses Kochen oder dieses Arbeiten mit Lebensmitteln. Ich liebe das einfach. Ach, ich brauche irgendwie nicht viel, um glücklich zu sein. Ich bin froh, dass ich eine Partnerin habe und Ronny vor allem, der dann im Betrieb nach dem Geld guckt. Also das ist nicht deins? Nee. Nee. Also ich bin auch leicht zu verarschen. Oder ich bin sehr leicht. Aber wie wichtig ist es dann, dass man da Kumpels hat, denen man voll vertrauen kann? Ich würde ja alle einladen. Du bist so lieb, komm, du brauchst nicht zu bezahlen. So bin ich halt. Ich bin so froh, dass auch meine Partnerin da ist, die dann nach den Rechten schaut. Weil manchmal ist es so, du fährst irgendwann aus dem Haus und das war so schön. Und dann denkst du, komm, mach es mal ein bisschen Rabatt, also von sich aus. Und dann habe ich Gott sei Dank eine Frau da sitzen, die sagt, ey, bist du bescheuert? Wovon sollen wir die Gehälter bezahlen? Aber das Gute ist ja, dass du die Erkenntnis hast. Ja, ja, das weiß ich. Ich meine, es gibt ja auch noch die, die sagen, nee, nee, ich weiß das besser. Lass mal, ich weiß das schon, ich mach das schon richtig. Nee, 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 nee. Da lasse ich mich immer eines Besseren belehren. Ich weiß, dass ich das nicht kann und nicht will. Und ich bin halt so, ach, die Welt ist so schön und alle sind so lieb. Es ist ja nicht so. So, ich gehe nochmal zum Salatbuffet zurück. Hast du Daten? Ja, ja, da bleibe ich jetzt nicht. Da musst du dir keine Sorgen machen. Aber hast du da damals schon gedacht, ich mach mal ein eigenes Restaurant? Oder denkt man an sowas gar nicht? Denkt man eher so, ich muss mich jetzt hier erstmal hocharbeiten, weiterarbeiten? Du hast ja viele Stationen dann auch gemacht, eine ganze Reihe von Stationen. Ja, nee, so viele waren es gar nicht. Ach so, nee, ich hab jetzt deine Praktika. Ja, genau, also die Stationen an sich konnte ich dann irgendwann mal nicht mehr machen, weil meine Ex-Frau damals schwanger war. Da war mein Sohn schon unterwegs. Ich wollte eigentlich noch zwei, drei Jahre unterwegs sein, ging aber nicht. Und dann hab ich mir ein Jahr Auszeit genommen, bin dann zum Joachim Wissler, Steinheuer, Hans-Stefan Steinheuer oder Dieter Müller mit Nils Enkel hat er noch damals in der Küche gestanden. Das war für mich Gold wert einfach. Und da hast du dich angemeldet und gesagt, ich möchte bei euch mal mitmachen? Genau, genau. Aber dann reiht man sich da hinten an, oder? Ist mir doch egal. Nee, nee, aber ist so dann, oder? Ach so, ja, das war auch so. Aber du warst ja schon ein bisschen, warst ja kein Anfänger mehr. Nee, 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 nee. Ich hab genauso die Kartoffeln schälen oder die Zwielen pellen müssen. Das hab ich genauso gemacht wie ein ganz normaler Praktikant. Was nach ein paar Wochen schon ziemlich schnell, da haben die halt schon gemerkt, so, oh, der kann ja ein bisschen was. Und dann wurde ich auch natürlich Fleischposten, Fischposten eingesetzt. Das war mega gut. Und ich muss ehrlich gestehen, egal wie die Zeit war, ich hab mich immer auf Augenhöhe mit, damals war ja Nils Enkel eher schon da, immer auf Augenhöhe unterhalten. Joachim Wissler, der war zu mir, sehr nett. Das ist ja immer eine Frage dann, wie man aufeinander zukommt. Ja, ja, und beim Hans-Stefan Steiner war damals noch André Wolf und ihm wirklich alles auf Augenhöhe und alles nette, coole Menschen gewesen. Aber das ist wahrscheinlich auch die Reflexion, weil du ja auch deine Leute auf Augenhöhe behandelst, oder? Ja, ja, ich war ja damals schon Küchenchef. Also ich hab ja schon eine Brigade, was heißt Brigade, wir hatten sechs Leute und die hatte ich halt auch zu reichen. Wenn du Brigade sagst, dann krieg ich das. Das klingt echt russisch an. Die Brigade. Ich musste meine Brigade halt auch führen. Ich wusste mehr oder weniger, wie es geht, mit natürlich ein paar Anfangsschwierigkeiten. Aber es war auf Augenhöhe und ich hab's sehr genossen. Und da hab ich halt gemerkt, ich will, damals hab ich gesagt, nee, drei Sterne will ich nicht, oder so in diese Zeit. Das war mir zu krass. Die haben irgendwie sieben Uhr morgens angefangen, waren nachts irgendwann mal elf, zwölf Uhr fertig. Hab ich gesagt, nee, mein Sohn ist jetzt oft unterwegs. Und ich hab damals gemerkt, nee, ich lass diesen Wunsch mal weg. Irgendwann mal gucken, wenn die Kinder groß sind, schauen wir mal. Weil meine Kinder sind jetzt groß, meine Tochter ist ja zehn, mein Sohn ist vierzehn. Ihr könnt ja bald mitarbeiten. Ja, 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 mein Sohn muss jetzt auch nächste Woche. Echt? Ja, der hat ja Schulferien. Ich hab gesagt, wird nicht Computer gezockt, wird hier dem Papa geholfen. Weißt du, wann du deinen ersten Job gemacht hast? Ja, ich hab Pflastersteine gelegt. Sehr, sehr früh, mit zwölf. Nee. Ja, mit zwölf Jahren haben wir Pflastersteine gelegt. Das ist doch gar nicht erlaubt. Ja. Erlaubt. Ich hab mit zehn Jahren meine Mama hier, sie war alleinerziehend, aber ich will jetzt nicht auf die Tränenbrüste zu. Nee, nee, nee. Aber sie war alleinerziehend. Ich hab ja gefragt. Ja, sie war alleinerziehend und mein Bruder und ich sind halt morgens immer mitgefahren vor der Schule, fünf Uhr morgens, haben wir die HS-Woche ausgezahlt und dann sind wir zur Schule gefahren und dann halt abends schlafen und dann am nächsten Morgen wieder. Ja. Dann hab ich mit 13 Jahren, hab ich auch verbotenerweise im Alten ein Geschirr gespült. Mein Bruder war in der Küche und hat da die Brötchen geschmiert für die... Siehst du, da ging's los dann mit der Küche? Ja, ja. Ja, das war auch das allererste Mal, dieses Erlebnis, in der Küche zu stehen. Da hab ich auch ein Brötchen geschmiert und damals hat der Küchenchef gesagt, der Frank, weil ich mich an ihn erinnere, der sagte zu mir, hör mal, mach's mal. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwas gesehen, keine Ahnung, ich kann's dir nicht sagen. Das war aber für mich damals schon irgendwie klar, jo, du kannst nur Koch werden. Ich meine, wie viele wissen mit Anfang, Mitte 20 noch nicht, was sie werden sein, aber du bist dann ja auch wieder hierher zurückgekommen oder eigentlich immer hier gewesen, in der Region. Ja, ich war in Österreich ein Jahr. Aber nicht lange. Nee, ein Jahr. Und wolltest du auch immer wieder hierher zurück? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Während ich in Österreich gearbeitet habe, war ja meine damalige Partnerin hier, also muss ich... Die ist nicht mitgekommen? Nee, 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 nee. Nach dem einen Jahr bin ich dann wieder zurück. Hab dann bei der Burgstumresidenz angefangen, wo ich auch sehr lange gearbeitet habe, 15 Jahre insgesamt. Wow. Also mit Unterbrechung. Und dann bin ich für viereinhalb Jahre nach Belgien. War auch eine sehr schöne Zeit, da habe ich auch im Chateau gearbeitet. Wir hatten eigene Wäggie-Zucht, Schweine, Lämmer, 55 Hektar. Da kriegt man auch nochmal ein bisschen was anderes mit, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, nur aus dem Vollen geschöpft. Ich habe die geilsten Jus der Welt gemacht, die geilsten Fonds der Welt, weil ich hatte so viele Knochen, so viele Parüren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so verrückt, was wir da damals an Soßen gemacht haben. Da hätte jeder, jeder Tester, wäre da durchgedreht, ohne Scheiß. Habe ich mir bis heute noch bewahrt, aber wir können die halt nicht im zehnfachen Ansatz machen. Ja, ja. Ein bisschen reduzierter, aber trotzdem ziemlich geil. Aber das habe ich halt da wirklich auch gelernt mit dem Produkt. Das war schon geil. Ja, ja, ich meine, man merkt das, wie du schwärmst. Gibt es denn so ein Lieblingsprodukt, das du hast? Wäggie-Tafelspitz. Ja? Ja. Wäggie-Tafelspitz. Das war meine erste Erfahrung mit Wäggie-Fleisch damals. Und ich fand das sehr schade, dass du nicht alles, die Spitze vom Tafelspitz konntest du nicht gebrauchen, weil die zu fest ist. Habe ich jahrelang, wirklich jahrelang damit rumhantiert, bis ich mein Rezept dann hatte. Und das ist so geil. Das ist so lecker, ohne Scheiß. Und ich liebe das, wenn die Küche nach diesem Sous-Vide-Garten-Wafelspitz riecht. Das ist eines meiner Lieblingsfleischstücke. Und hast du auch so ein Gericht, wo deine Gäste sagen, das wollen wir immer haben, dass du nicht los wirst? Ja, ja. Wo du sagst, dass du immer mitschleppst? Das ist ein vegetarisches Gericht, was mir eigentlich sehr untypisch ist. Ja. Aber wir haben den sibirischen Gemüsegarten. Okay. Da sind ganz viele Gemüsesorten, die dann süß auch eingelegt werden, über Monate, die gewissen Seite ganz Sachen. Ist auch sehr russisch, ne? So dieses ganze Einlegen eingemachte. Süßsauer ist wirklich sehr russisch. Und dazu gibt es so eine Solanka-Vinaigrette oder Borscht-Vinaigrette. In der Mitte sind Beluga-Linsen mit Smetan, also russischer Schmand. Und das muss jetzt ins neue Menü, weil die Gäste gesagt haben, ey, du hast jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, jetzt machen. Okay. Ja, das ist mega aufwendig. Die Jungs sind jetzt schon, müssen wir das wirklich machen? Aber sonst ist russische Küche wenig vegetarisch, oder? Wenig vegetarisch, relativ deftig, muss ich sagen. Wir schaffen das für unseren Teil so fein wie möglich zu machen. Also wir verzichten fast komplett auf Sahne, auf Butter. Und ich war jetzt in Murmans, da wird ja überall Sahne draufgetan. Überall. Überall Sahne, Mayonnaise oder sonst irgendwas. Aber halt Fettiges. Und wir verzichten halt darauf. Oder fast. Und wenn man sonst so die Assoziation hat, russische Küche, Kaviar ohne Ende. Ist aber auch nicht mehr, ne? Nee. Das ist eher auch so ein Klischee. Wir machen Kaviar, oder wir benutzen natürlich Kaviar. Wir haben ja unsere eigene Troika-Edition an unserem Kaviar. Wir machen auch viel Senf-Kaviar, also veganen Kaviar. Aber russische Küche ist viel mehr. Also ich sage immer, die russische Küche ist nicht nur Dill und rote Beete. Oder nicht nur Kaviar. Aber trotz, wenn ich darüber rede, merke ich halt immer wieder, es ist doch ziemlich oft in meinem Menü in irgendeiner Art auch verwendet. Wir trocknen den Dill zum Beispiel. Wenn er im Mai anfängt zu blühen, wird er abgeschnitten, getrocknet. Bei uns hier im Gewächshaus hängen da 30 Bündel voll mit dem getrockneten Dill. Und das wird auch fast überall dran getan. Du weißt nicht, warum es so schmeckt, aber ich weiß es. Ja. Achso, nehme ich ja gar nicht wahr, dann den getrockneten Dill, ne? Nee, nee. Das ist wie ein natürlicher Geschmacksverstärker. Wenn ihr den auch ganz fein pulverisiert wahrscheinlich, dann... Ich mache ja meine eigenen Gewürze, Borschtgewürz, ja. Okay, Geheimrezept. Ja. Aber ist aber nicht im Handel? Also nur für dich? Nee, ist im Handel. Ist im Handel? Ja. Oh, weiß ich gar nicht. Wir haben bei Jordan Olivenöl, haben wir was stehen, kommt jetzt beim Edeka und Rewe hier bei uns in Erkelenz. Ach. Wir warten, wir haben da so einen Eyecatcher gemacht. Du hast halt die Möglichkeit, mit deinem Handy auf den QR-Code zu gehen und dann kommt ein Video von mir, wie ich mit den Gewürzen umgehe. Das ist aber noch nicht fertig, deswegen warten wir. Und die sind aber auch alle selber nach deiner Rezeptur oder selber produziert? Nee, nach meiner Rezeptur. Das ist mit einer Gewürzmühle in München. Die haben sie extra für uns Bio zertifizieren lassen, weil ich habe darauf bestanden, dass es auch Bio ist. Und das ist eine Manufaktur, alles per Hand, nichts maschinell und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Cool. Wirklich geil. Muss ich probieren, muss ich mir besorgen. Richtig geil. Verlinken wir auch hier unten. Und sag mal, Thema Bio. Ist ein großes Thema für euch? Oder sagst du? Das Thema Bio war für uns ein sehr, sehr großes Thema. Wir waren ja auch sehr lange Bio zertifiziert drüben in Heinsberg-Randerath als einziges Sternenrestaurant mit einer Bio-Zertifizierung. Das war schon nicht ohne. Bis ich irgendwann mal eine Kiste, Bohnen waren das, grüne Bohnen, hatte ich bestellt. Dann kam das an. Bio-Bohnen natürlich aus dem Großhandel. Und da stand da drauf. Ich meine, das war Ägypten. Ich meine, da stand Ägypten drauf. Und da war das allererste Mal, wo ich mir Gedanken habe, so, hä? Warum? Warum soll ich diese Bohnen aus Ägypten nur, weil da Bio draufsteht? Macht keinen Sinn für mich. Und dann haben wir eher angefangen, regional zu arbeiten. Saisonal waren wir sowieso schon immer. Aber nicht auf Teufel kommen raus diese grünen Bohnen, weil die auf der Karte stehen. Momentan sagen wir, wenn es keine grünen Bohnen gibt, dann gibt es halt keine. Und so weißt du, was von hier drüben kommt, auch wenn der bitte, ich zeige gerade aufs Gewächshaus, also gegenüber. Du weißt, was von dort kommt. Das ist wahrscheinlich auch nicht alles. Nee, also natürlich kaufen wir nicht alles aus seinem Gewächshaus. Nee, aber vieles, also du weißt, wo es wächst oder du kennst deine Lieferanten wahrscheinlich. Genau, wir vertrauen ihm. Und er holt, ich sage dem, den und den Apfel brauche ich und dieser Apfel wird exakt geholt. Und das ist der Geschmack, das ist, und der kennt doch jeden Produzenten von ihm. Und das ist halt geil, wenn ich mit ihm rede, hör mal, wir wollen das und das machen. Er geht auf alles ein, er möchte alles machen, er möchte alles auch wissen. Warum schmeckt mir dieser Kürbis nicht, fragt er. Was ist daran falsch, was können wir nicht sehr besser machen. Das ist geil. Ja, ja, das bist du aber voll im Dialog und kannst da auch mitwirken. Aber das Produkt ist ja sowieso viel mehr in den Mittelpunkt gerutscht, finde ich. Also du sagtest, du warst da in der Farm in Belgien, wo du aus den Vollen schöpfen konntest, da warst du damit natürlich konfrontiert. Aber ich meine, das Produkt, dass man sich damit auseinandersetzt, wo es herkommt und wie es gezogen wurde, und, 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 das hat eine andere Bedeutung bekommen, glaube ich, für viele, oder? Ja, ja, also ich meine auch vor Corona, da war für uns ganz, ganz wichtig, Produkt steht an erster Stelle. Und wenn Gäste sagen, boah, wir haben dir das Stück Fleisch gemacht, ich sage, ja, das ist halt das geilste Stück Fleisch, was man kaufen kann. Ich sage, das, was wir drumherum machen, das sind wir, aber das Fleisch, das ist einfach, wenn wir hier unser Salzwiesenlamm haben und die Leute sagen, ah, das ist ja so geil, ich sage, ja, das können sie zu Hause eins zu eins nachmachen, das ist einfach das Produkt. Hast du ein Rezept für uns, jetzt so auf Lager, was man versuchen kann, zu Hause nachzukochen? Ein bisschen so als Einführung. Als Einführung, ich habe auch Kroschka, das ist eine russische Kaltschale, das ist halt relativ einfach gemacht. Sag mal. Das sind gekochte Kartoffeln, gekochte Eier. Was für Kartoffeln nehme ich? Egal. Ja, vorwiegend mehlig kochen. Ja, okay. Weil das ist eine kalte Suppe, wenn die kalt sind, dann schmecken die, glaube ich, ein bisschen besser. Da kommt Frühlingszwiebel, Zwiebel, Schinkenwurst, ganz normale Schinkenwurst. Schinkenwurst. Alles in kleine Würfel geschnitten, kommt ganz viel Dill mit rein, dann wird das Ganze entweder mit Smetana und Kefir gemischt oder es wird mit Quass. Quass ist ein russischer Schwarzbrottrunk. Schwarzbrottrunk? Genau, mit Kohlensäure. Den muss ich aber auch erstmal kriegen, ne? Den kriegst du in jedem Russenladen. Achso, ja, gibst du auch. Oder du machst selber. Das dauert nur ein bisschen länger. Wir machen selber. Klar, logisch. Auf jeden Fall kannst du das alles klein schneiden und dann gießt du das mit der Flüssigkeit oder halt mit der Smetana und dem Sauram auf. Bei dem Smetana und dem Sauram machen noch viele Kohlensäure, also hier Mineralwasser drauf, damit da ein bisschen Kohlensäure dran ist. Das ist das Gericht. Ich sag immer, wenn du am Tag vorher ordentlich gefeiert hast und morgen hast du ein bisschen Kater, das Gericht ist der Wahnsinn. Das ist ein urtypisch russisches Rezept. Das kennt jeder Russe. In beiden Varianten. Okay, machen wir nach. Probieren wir. Super easy. Ja, es klingt so, ne? Ja. Da musst du nur ein bisschen klein hacken. Das ist die meiste Arbeit. Ja, 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 ja. Aber diese Mischung macht es halt aus. Ja. Das ist echt lecker. Sehr gut. Und wir machen das bei uns im Restaurant auch. Nur dann natürlich ein bisschen schicker. Sehr schick. Sehr, ist schon sehr schick. Also ich würde mal sagen, einmal selber machen zu Hause und dann ins Troika und da mal dann probieren. Also lieber natürlich bei uns probieren. Nee, oder andersrum. Genau. Erstmal zu. Erstmal zu. Erstmal probieren und dann selber kochen. Genau. Weißt du noch, wann dein erster TV-Auftritt war? Mein erster TV-Auftritt? Ja. Oh, das kann ich mir noch. Das ist ungefähr 12, 13 Jahre her. Da hatten wir das Jackrent. Das war für Kabel 1 oder Pro 7, weiß ich gar nicht. Das Jackrent? Das Jackrent aus Kasachstan. Ja. Da mussten wir mit dem damaligen Küchenchef von mir irgendwas abdrehen. Das war das allererste Mal. Aber selber aktiv war vor dreieinhalb Jahren, vier Jahren bei Perfekte Dinner. Ja. Das war, für uns war das so, ey, Durchbruch. Bringt schon was, ne? So eine TV-Präsent. Das ist so wahnsinnig gewesen. Wir haben gerade angefangen, waren ein halbes Jahr selbstständig und die Ausstrahlung war Oktober und wir hatten Oktober, November, Dezember, Januar einfach mal von Montag oder von Dienstag bis Sonntag einfach mal voll. Ja. Das war abartig. Und die Leute kamen wirklich, aus ganz Europa kamen da irgendwelche Russen, die sagten, oh, wir sind so stolz auf dich. Benehmen sich Russen eigentlich im Restaurant anders als Deutsche? Ne. Ne? Ne, also dieser Vorurteil, dass sie gesoffen, Kaviar und komm, lass die Puppen tanzen. Ne, schon lange nicht mehr. Ne, ne. Ne, also schon in russischen Restaurants, also in den normalen, Anführungszeichen, russischen Restaurants, wo halt Pilmeni, Mante verkauft werden, dann hast du halt die Möglichkeit, abends nochmal zu tanzen. Da wird natürlich auch gefeiert, dann ist es wie ein Club. Ist aber auch schön. Ja, ist auch typisch. Machen wir auch ansatzweise auch. Ansatzweise auch. Das ist auch die Grundidee, weil die Russen essen, tanzen, trinken, essen, tanzen. Und das den ganzen Tag. Das heißt, nicht müde nach dem Dinner nach Hause, sondern dann geht es erst los. Genau. Das ist die Auftaktveranstaltung. Ja, 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 genau. Ja, dann hast du bald Augenringe. Hast du jetzt schon, ne? Ja. Ja, ich meine, was sagt man jetzt? Dein eigenes, erstes, selbst kreiertes Restaurant. So viel macht man wahrscheinlich nicht in seinem Leben. Schätze ich mal, ne? Weiß man nicht, aber so das Erste ist nochmal was ganz Besonderes. Das ist wie, natürlich nicht eins zu eins wie eine Geburt des Kindes, aber schon, das kommt schon emotional ziemlich nahe. Natürlich sind meine Kiddies das Wertvollste auf dieser Welt, aber so ein Restaurant, das ist so ein bisschen eine Verwirklichung seiner Wünsche, seiner Träume. Und das ist ja auch ein Traum immer gewesen. Und auch, ich habe auch irgendwie gefühlt 25 Jahre darauf zugearbeitet. Und auch gearbeitet. Und wir waren auch immer fleißig. Wir haben von morgens bis abends immer das Beste gegeben. Egal was kommt, egal was ist. Und wir wollen halt irgendwann mal, also das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wenn der liebe Gott es vielleicht irgendwann mal zulässt, dass wir drei Sterne auf der Wand haben, das wäre schon ziemlich geil. Aber es ist alles nur eine Frage, wie viel man reinsteckt an Arbeit und Fleiß. Der Marcel war ja, das ist ja der andere Küchenchef, der war ja zweieinhalb... Den haben wir noch gar nicht richtig dran gehabt. Mensch, Marcel, komm. Beim nächsten Mal, der war zweieinhalb Jahre beim Christian Bau oder zwei Jahre, war zwei Jahre Heiko Nieder in der Schweiz, war ein Jahr beim Hans-Stefan Steinheuer, also der hat auch die geilsten Köche gesehen und mit den geilsten Köchen auch gearbeitet. Durch ihn haben wir da so einen schönen Schliff reinbekommen. Und ihr habt ja auch eine ganze Zeit zusammengearbeitet. Ja, ja, wir waren in der Burgstube, in meinem, der hat auch im Lehrbetrieb die Ausbildung gemacht, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Das verbindet ja auch mal, ne? Ja, das war ein paar Jahre später. Der war über ein Jahr bei mir in Belgien als Suchchef damals. Also schon, ohne ihn würde das alles auch nicht funktionieren. Geht nicht. Das ist die Stütze in der Küche, Ronny Stütze im Restaurant, meine Frau Stütze im Büro. Manchmal muss ich mich kneifen. Liegt man da irgendwann so ein, irgendwann sitzt man ja zusammen und legt man da so ein Schwur ab und sagt, Leute, wir ziehen das durch. Nee, das müssen wir gar nicht. Nee, der ist da. Der ist da. Also das müssen wir wirklich, ich meine, die Jungs… Habt ihr Verträge? Äh, ja. Ja, also die müssen ein paar… Blutsbrüderschaft hier. Ja, ein paar müssen noch kommen. Ja. Also so, bei Geld sagt man immer, hört die Freundschaft auf. Ja, oder mit Freunden soll man keine Geschäfte machen, heißt das ja auch, ne? Ja, ja, stimmt. Bisher gibt es tatsächlich nur unter den Geschäftsführern, also einen Geschäftsführervertrag. Ja. Aber so unter uns drei, so richtige Verträge gibt es bis dato tatsächlich noch nicht. Kommt aber, wir sind gerade dran, weil wer weiß, was in zehn Jahren ist. Muss man. Möchte der eine vielleicht, weiß ich nicht, in die USA auswandern. Verträge macht man ja auch, um sich zu vertragen, weiterhin zu vertragen. Ja, ja, genau. Genau, darum geht es ja. Nicht um sich zu streiten. Ich würde auch nie wieder heiraten ohne einen Ehevertrag. Dann streitet man sich vielleicht weniger. Ja, das weiß ich nicht. Das kann sein. Gibt vielleicht ein bisschen besseres Gefühl. Ja. Es geht sich auch viel ums Gefühl. Also, wir vertrauen uns. Im Moment, viele sagen, Alter, bist du bescheuert? Mit zwei Freunden im Geschäftsführer hast du noch alle, wirklich, auch die Gastronomen, alle durchweg. Überleg dir das fünfmal. Wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Ja, ja. Also, dann weiß man, ob es funktioniert oder nicht. Ja, es funktioniert. Und ohne ihn würde mein Traum nicht funktionieren. Also, ohne beide Jungs würde halt das, was ich vorhabe, auch nicht funktionieren. Und wir haben so viel vor und wir wollen so viel erreichen. Und das geht nur mit diesem Troika-Team. Super. Das geht nicht anders. Und Troika ist auch irgendwie gut, ne? Kann man sich merken. Ja, drei beste Freunde, russische Küche. Bam, ey. Das ist... Bam. Was ist das erste Gericht, das rausgehen wird, wenn ihr eröffnet? Jetzt. Was geht als allererstes raus? Als allererstes raus geht der Sibirische Gemüsegarten. Da haben wir ihn wieder. Tatsächlich, stimmt. Der Sibirische Gemüsegarten geht als erstes. Das ist mein erstes Gericht. Mein erstes russisches Gericht, womit ich mich getraut habe. Mein deutschen Gästen... Und das geht auch als erstes raus. Das ist der Auftakt. Ja. Ja, stimmt. Was ist denn eigentlich mit Wein? Gibt es russische Weine? Ja, klar. Wir sind gerade dran. Georgien, weiß ich, ist relativ gut. Georgien ist ja nicht Russland. Auch viel. Wir haben Armenien jetzt. Wir haben vier russische Weine. Sind auch gerade im Aufbau. Es wird auch eine Wodka-Karte geben mit zehn verschiedenen Wodka-Sorten. Da gibt es wahrscheinlich auch Riesenunterschiede, ne? Ja. Oder? Ich trinke eigentlich kein Wodka. Also einmal im Jahr, wenn wir in einer russischen Hochzeit sind, aber dann gibt es immer diesen Wodka, der nicht so geil ist, der dann am nächsten Morgen richtig Kopfschmerzen macht. Bei uns im Laden haben wir natürlich richtig geile Wodkas. Richtig leckere. Aber ich bin da nicht so ein Fan von. Aber viele Gäste fragen danach. Gehört ja auch. Ihr Russenladen hier, was ist los? Warum hast du nur zwei Sorten Wodka? Okay, machen wir. Da sind wir aber gerade dran. Auch mit der Weinkarte. Die wird eine russische Weinkarte. Also ich meine, wer hat das schon? Und nur geile Weine. Und wenn Ronny dann auch noch mit seinem Fachwissen da herkommt. Ronny ist ja auch ein bisschen rumgekommen, ne? Der hätte auch schon ein bisschen was gesehen. Ja, ja. Und der Typ hat richtig Ahnung, ne? Ja. Also wenn du dem manchmal zuhörst, ey, das ist schon krass. Cool. Ja. Cool. Aber das Schöne ist ja, man hört das ja so raus, dass du auch deine Troika-Brüder wirklich auch bewunderst. Oder dass sie euch gegenseitig bewundert. Oder schätzt, welche Qualitäten der andere hat. Ja, die haben halt die Qualitäten, die kein anderer Mensch hat. Ja, genau. Das ist ja. Und dass man weiß, dass man viel Fläche dann hat, wenn man zusammen auftritt. Ja, ich meine, ich weiß, was ich den Jungs zu verdanken habe. Ohne die würde ich jetzt nicht mehr Traum leben. Und das Gleiche sagen die halt auch, weil wir stützen uns auch. Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und wer weiß, was in zehn Jahren los ist. Also ich meine, wir wollen. Also ich komme wieder. Nicht erst in zehn Jahren. Alexander, ganz großartiges Gespräch. Und ich würde jetzt gerne nochmal von dir einen schönen russischen Satz hören. So einen, der dir jetzt spontan einfällt. Okay, ich sage jetzt irgendwas. Übersetze ihn danach aber. Ja, auf jeden Fall. Lade. Das heißt, so viel wie Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns bei uns im Restaurant Troika. Auf jeden Fall. Also, wie viele Plätze haben wir jetzt? Wir haben 40 Kuvert, möchten wir haben. Wir können natürlich auch mehr setzen, aber wir möchten eigentlich nur 40. Okay, Öffnungszeiten? Von Mittwoch bis Sonntag. Wenn nächstes Jahr keine neuen Super-Mitarbeiter dazukommen, überlegen wir uns eine Viertage-Woche einzuführen. Wie ja viele Gastronomen momentan. Abends natürlich nur. Nee, Sonntag auch mittags. Ah, Sonntag auch mittags? Ja, es fragen sehr, sehr... Ah, das ist schön. Das finde ich super. Ja, genau. Sehr, sehr viele Fragen danach, warum wir nur abends aufhaben und sonntagmittags. Für Gruppen haben wir natürlich auch in der Woche auch mittags auf. Aber ich kenne das auch noch so. Dieses, weißt du, man geht Sonntagmittags essen. Und geht relativ früh auch schon los, aber es zieht sich dann so richtig schön lang in den Nachmittag. Wir machen auch ein Bistro ab Januar. Auch noch? Ja, dadurch, dass wir halt wirklich eine sehr gute Auslastung gerade haben mit Gourmet, macht es keinen Sinn, noch ein Bistro einzuführen. Aber ab Januar machen wir ein Bistro. Aber ich sage immer, ich möchte, ich liebe meine Gäste, aber ich möchte auch, dass meine Freunde, die sich vielleicht nicht unsere Küche leisten können, da sind. Weil ich kann es auch nicht, ehrlich gesagt. Nicht immer. Leute, kommt hierher, guckt euch den Laden an, es ist wirklich toll. Und ihr könnt in die Küche reingucken, ihr könnt alles sehen. Ich darf jetzt eigentlich noch gar nicht schwärmen. Ich muss ja erst, sonst habe ich gar keinen Grund wiederzukommen. Alexander, toi, toi, toi. Dankeschön. Euch allen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, das war es mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge. Und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.